Der realste Zocker auf YouTube für mich ist Moneymaker Knapp 40.000 Abonnenten fickt die ganzen Hater Keine Konkurrenzen, Mann, es gibt keinen, der ihn kämpfen kann Man merkt an seiner Art, er macht was für die Fans Verdammt, was ihr in 20 Jahren schafft, hat Money in einem Jahr gemacht Er wartet und zeigt uns, wie viel Geld in so nem Automaten passt Und wenn die Kiste keine Spiele gibt und tot ist Weiß jeder, dass am Waffende vom Kymie kommt, ja logisch Leute, die nichts können tragen, Fahrradhand mit Knieschoner Ihr regt einen auf, so wie Schwert auf Schwert bei T-Zona Jedes Video Realtalk, nichts ist kaschiert Moneymaker 84, du hast richtig rasiert RAH Grüßt euch Leute, wir werden jetzt mal hier eine Rutsche T-Zona aufnehmen Ich habe zwei Geräte, jeweils zwei wieder auf Lass ich jetzt mal beide laufen Äh, was wollt ich sagen? Vergesst auf jeden Fall nicht, den Kanal zu abonnieren Glocke aktivieren, Leute Kommen ja immer wieder neue dazu Und, ähm, ja Glocke aktivieren ist natürlich auch Ganz, ganz wichtig, damit ihr jede Benachrichtigung bekommt Und vor allen Dingen, vergesst nicht meinen Twitch-Kanal zu abonnieren, Leute Da bin ich ja auch seit neuestem aktiv Und zockt da viel Online-Casino und so weiter und so fort Auf jeden Fall, wer die Livestreams da nicht verpassen will Lasst auf jeden Fall ein Abo da Ich werde den Link unten in die Beschreibung Und, äh, bei den Kommentaren am Pinnen Und dann Abfahrt da So, machen wir die Schmutzkampagne hier drüben Jetzt gleich auch mal an Es geht ja einer von den Mistkäfern hier mal ins Spiel Hopp, 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 hopp So, setzen wir uns mal hier schön gemütlich ein bisschen ab Für eine, ja nicht mal für eine Minute Wenn er gar nichts schmeißt, sind wir hier 45 Sekunden weg Das heißt, ich kann bei der zweiten Minute schon wieder Cut machen Andere Schmalzkolonne, vielleicht auch, aber Ich glaube, der erste Mülleimer verabschiedet sich jetzt gleich schon Schmutziges Honig Nicht mal ein Anzeichen von einem Skatter da gemacht Die Sonne war schon ein schönes Spiel, so vor einem Jahr oder was Mittlerweile, ey, passiert da auch nichts mehr Das heißt, ich kann bei der zweiten Minute schon wieder Reingehen ist das eine, Bezahlung ist die andere Sache, ne? Aber bei der zweiten Minute schon wieder Na ja, deswegen habe ich schon nichts dazu gemacht, schon klar, dass die so ein Schmutzfänger wird. Ja, das ist wieder ein Neuladen, der Scheiß hier, Mann. Ja, der Poppy ist ja auch hier. So, jetzt werden wir mal ein bisschen Schmutz-Elefanten hier. Ja, die Kiste macht die ganze Zeit nichts, Mann. Ich dachte, ich bin nur am Buchen hier an dem Scheiß. Sag mal, jetzt momentan, hast du ein sauberes Gesäß heute? Nö, ich war jetzt drei Wochen nicht durchlaufen. Also vor wie in Italien. Das ist verrückt. Feuerrot. Feuerrot? Feuerrote Eier habe ich. A la Barbier, Mann. Ja, ja, klar, logo. Ja. Jetzt macht Spaß beiseite, die gerät man die ganze Zeit nichts. Während du da hinten warst und warst da am Quatschen. Hier nichts, da vorne nichts, da nichts. Irgendwo. Ja, du sollst ja auch Geld gewinnen und nicht verspielen. Ja, was willst du denn machen, Mann? Soll ich hier mit fünf Cent spielen oder was, ey? Da krieg ich ja auch die Kille. Du merkst mich mal ganz kurz ab. Ja, mach das. Du bist so immer die jetzt lachen, Mann. Ach, Mann. Guck dir das an. Hä, warum? Ach so, wegen der Rutsche oder was? Ne, Puppi, der Staubfänger. Ja, auch ein Saukerl hier, ne? Elefant und zweimal mal zwei. Könnte da eigentlich auch mal für eine Runde angasen. Das Spiel lässt einen manchmal auch, ey, nur im Stich hier, ey. Und nicht eine Runde. 60 Euro. 15. 21. 22. 22. 23. 24. Nicht einmal der Trampelfahrt hier rein, oder was? Schmutz, Schmutz, totaler Schmutz, ja, die Konstellation war ja schon zum Heulen, schon Tränen in den Augen gehabt, miese Laune. Ekelhaft, ja, das ist alles zu bescheuert, aber, ja, das ist halt so, dann ist es halt manchmal so, wird man halt auf eine Miene geschickt, und trampelt dann auch da rein wie ein Schweig. Ja, ist ja auch ekelhaft, man, guck dir das doch an, ey, du bist nur am Buchen und dies und das, weißt du, aber... Im Endeffekt passiert doch nichts. Guck, das hat jetzt einmal die Elefanten gegeben, wo du gerade vom Scheiß ausgekommen bist. So, das war es, man, sonst gar nichts, keine Anzeichen, die Ente, ne, da... Einmal nur? Ja, ja, klar, und dann noch so ein Totläufer, ja. Du musst diese Dinger ganz klein anfangen, dieses Spiel, die Tränen sind dann auf 20, mal höher gehen. Ja, aber ich habe immer auch schon so, immer mit 60 und so weiter und so fort. Jetzt kommen zwei. Guck doch mal, ey. Richtig. Vierer geht doch nicht. Jetzt oben. Vierer. Boah. Ja, vierer wäre ja gut gewesen, beim Wiming 24 gewesen, weißt du, zwei rein. Aber das hat sich jetzt auch schon alles verändert, ne? Merkst du, es würde dann mindestens auf den Vierer gehen, das ist bei drei schon Ende. Und das, das nennt man, äh, sehr gut da halt. Ja, das könnte man auch runtergekurbelt nennen. Ganz dreckig. Aber da muss der kommen, weißt du, so ein bisschen mit mal zwei. Und dann macht's auch Bock da rein zu gehen. Bumm, bumm. Ja. Hast du dieses neue Spielstück, wir sind dann eh nicht aufgebaut, äh, da heißt doch jemand mit Blütenpastik. Ist aufgebaut wie ein Ghost Rider? Mit so Feuerweckskörner. Keine Ahnung. Das ist halt so sehr interessant. Ja. Ja. Gibt bestimmt ein paar Spiele, aber im Endeffekt sind die alle gleich aufgebaut, ey. Da sind nur andere Symbole, die ist das. Wie du sagst, von Ghost Rider. Ja, deswegen sag ich ja. Ja. So zwei Streichholze, wenn du dir die anzusen, dann kriegst du schon mal drei, äh, also abgezogen sind. Dann kommen dann sofort, äh, zwei, äh, drei Features rein. Also du kriegst da drei Features, also Freispiele. Mhm. Ne? Dann aufwärts geht's noch um. Okay. Aber die Gewinnquote ist da besser, als Ghost Rider. Okay. Und das stimmt, gewinnst du also mehr. Sehr interessant, echt? Ja, gut. Was heißt gewinnst du mehr? Das ist alles der gleiche, gleiche Track. Der gleiche Track. Na, im Endeffekt spielt sie das, spielt sie das, ey. Zwar andere Symbole, aber von der Ähnlichkeit, die immer irgendein Kackspiel. Ach, kommen wir mal auf 80 Cent, ey. Wir haben auch den Sack hier. Das ist aber irgendwo ja um Fuffi oder umgekommen, kann doch nicht sein, ne. Das ist ein Schott hier. Boring, warum ist das so boring? Ich frage mich mal, ich bin auch total abgesäbelt. Ja, mal hier rein. Ich komme hier einmal in die Drecksspiele rein. Verlauste Freispiele. Ich frage mich mal. 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 Wir haben den ersten Mal gelesen. Man merkt schon, dass die Corona 2 ja nicht mehr so viel geproben hat. Nein, war ja schon vorher alles versifft, aber jetzt ist es noch schlimmer. Stell dir mal vor, jetzt kommt alles mit der Quarantäne. Willst du noch mal in die Halle rein? Nein. Das ist scheiße. Ja, war eigentlich besser. Die Leute, die nicht mehr in die Halle können in der Zeit, können dann sparen. Ja, die haben ja gesagt, Ausnahmefälle. Ja gut, aber doch. Oh Leute, in diesem Sinne, viel Spaß mit dem Video. Macht es gut und lasst euch nicht vor dem Schmutz anstecken. Bleibt am Arsch aus der siebten Halle hier. Vier schmutzige Glocken. Letzten Dreh eingelaufen. Gucken wir mal, ob wir hier hinten wieder ab oder der Topp. ... Gucken. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Schmutz, Schmutz, Schmutz. Wege von Sozeron. So, ein bisschen das Tempel hier. Okay. So, das ist schon ein ganz schmutziger Lauf. So, das ist ja... 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 Blöde Gesicht gesehen Das war mal ein Highlight hier vor der Pause, unglaublich Unglaublich Hätte ich ja gar nicht gedacht, dass der das mit Geld in die Pause schafft Bisschen hier Pausenüberbrückung, gucken wir noch mal, ob hier noch was geht Ach komm wir drücken mal schnell, 150 Wie, 20 Ich sag 140 Witzig man Schönenopziges Vieh So weiter geht es mit Lost Tempel Jetzt kann ich wenigstens auch ein bisschen reden Zwei Leute haben sich vom Acker gemacht und sind verbrannt. Trotzdem sind noch zwei Leute da, aber nicht unbedingt bei mir im Rücken hier. Wie gesagt, lasst auf jeden Fall Abos da und Glocke aktivieren, ganz wichtig. Und vergesst nicht auch bei Twitch vorbeizuschauen. Und da streame ich ja auch viel, weil zwar die letzten zwei, drei Tage nicht online, hat ein bisschen private Sachen zu tun, aber ja gut, trotzdem bin ich da auf jeden Fall öfter live, beziehungsweise normalerweise maximal alle zwei Tage, aber ich bin ja auch nur ein Mensch und man hat natürlich auch mal private Sachen zu tun, deswegen kann ich ja mal vorkommen, als ich einen Tag oder zwei nicht am Start bin. Das sind auf jeden Fall die Abos da, meine Lieben. Lost Temple. Passiert auch nichts. Schmutziges Huhn. So, eine Cover habe ich noch geladen. Gucken wir jetzt mal ein bisschen Magic Mirror, vielleicht kommen wir hier einmal rein. Wenn nicht, dann müssen wir den Part halt stoppen. Die Kisten neu laden hier, bringt ja sonst nichts. Alles gut... Alles gut... Alles gut. Alles gut. Schmutz. Oh, meine Magie doch. Schmutzige Koje, eine ganz schmutzige Koje ist das. Schmutzige Koje, eine ganz schmutzige Koje. Schmutzige Koje, eine ganz schmutzige Koje. Oh, ein bisschen Spielgeld, vielleicht kommen wir ja damit nochmal rein jetzt. Irgendwann gespart 45 Euro zu laden. Schmutzige Koje, eine ganz schmutzige Koje. Schmutzige Koje, eine ganz schmutzige Koje. Schmutzige Koje, eine ganz schmutzige Koje. Schwer, 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 eh. Schwer, 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 schwer. Schwer, 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 schwer. Ich glaube, ich muss das Spiel wechseln, Leute. So, bis zum Fortuneseeker, vielleicht kommen wir hier nochmal rein. So, bis zum Fortunus. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Okay. Hey, 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 hey. Oh, Müll. Oh, Dreck. Okay. So Leute, ich werde mal das Video stoppen, ich mache jetzt mal einen neuen Part hier und sonst wird das Video ewig, das ist auf Ätzen. Die sind in der Leute, haut rein, Mann. Jo Leute, grüßt euch, Manni am Start hier, wir haben ein bisschen Karneval die Venezia zocken. Andere Kiste werden wir ein bisschen El Torero angasen. ARD Text im Auftrag von SRC Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Schmutz, lange aufgehalten für nix. So, gucken wir mal hier bis in El Torero. Ach ja, ich gucke mal hier einmal rein. Und ich dritte. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 So an meine dreckige Öffnung geht. 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 So an meine dreckige biow войffnung geht. Heutzutage steht, so an 구flation geht. So an meine dreckige Öffnung geht. Oh du hast gerade abgeschlats git. Trotzt sie noch Toarat undciamoflation? Alecman muss ja nichtsales werden. Bei demopy betreffene Öffnung liegt niemanden. A finite und wie auch zu laufend ist doch nicht mehr genommen. Auch dasuce hat immer gedacht die Öffnung. Seskotan petroleum ist durch. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, bestimmt. Ja, der bleibt nicht im Spielen, Mann. Er furzt immer ab hier. Kein Aufbauen. Nix. Mausetot. Wirklich mausetot hier. Der ist Mause. Ich habe da keinen 5 Cent rausgeholt. Ich habe da keinen Cent rausgeholt, Alter. Ich habe da letzte Zeit 4 Cent rumgespielt, aber... Ja, okay. Ich habe da extra 10 Deppertekisten. Ich habe da extra 10 Deppertekisten. Ich habe da extra eine 10 Deppertemüse. Ja, der passiert den ganzen Tag schon nichts. Der ist tot. Echt. Ja, ohne Witz. Das Ding ist so tot. Der ist toter als Leute, die schon 30 Jahre unter der Erde liegen. Tot. Das ist ja unifiziert. Was soll ich denn sagen? Man, hier, 66 Euro, da ist nichts passiert. Ab und zu mal ein paar verhunzte Spins oder sonst was. Letzte Chance. Popping mit Risikospieler auf CZ. Da müssten eigentlich im Normalfall für die 5 Euro einmal 3 Zitronen einrennen. Nein, die sind mausetot, Alter. Oh. Das ist schon viel der Euro. Guck dir das doch mal an. Du siehst nicht mal eine Kappe vorbeilaufen. Wie soll die überhaupt? Ja gut, aber trotzdem. Ich hatte aber 350 Euro drauf. Guck dir das an. Du kriegst nicht mal eine Möglichkeit. Das ist wirklich ekelhaft. Nee, Spaß beiseite. Jetzt hat er wirklich ekelhaft. Oh, ja. Da brauchen wir jetzt noch 5 Zeichen. Hätte aber noch 5 Symbole aufmachen müssen. Wenn er dann irgendwo gelandet ist, dann muss er irgendwann die Filter rausgehen. Aber das ist doch keine Aussagenquote, was er da macht. Wo ist die Filter raus? Das ist doch Verarscherei an der Menschheit, Alter. Der hat doch nichts mit Aussagenquoten zu tun, Alter. Guck dir das mal an. Das ist so was von dreckig, was du da präsentierst. Ja, weil... Also deine Theorien da manchmal liegen. Die könnten mir gefallen, aber das Problem ist die Umsetzung. Guck dir das an. Das braucht keine Sau. Das steht in Acapulco. Guck dir das an. Du kriegst ihn mit 8 Krach 2,50 hier. Oh, wie durch die noch am Lachen ist. Hihihihi. Guck mal hier. Guck doch mal hier auf die Halt. Wie die Blöding haben wir. Hihihihi. Guck mal hier. Guck mal hier. Guck mal hier. Guck mal hier. Guck mal ganz genau deine Augen. Wo bei dir? Hast du da gerade einen Lauf oder was? Der für die 10 Uhr wird dann alles überstanden. Guck mal hier. Ja, das könnte doch schon sein. Guck mal hier. Guck mal hier. Guck mal hier. Guck mal hier. Alter Schwede, das ist ein Kanonenfutter hier. Das passiert gar nichts. Guck dir die tote Lunte mal an hier. So Leute, ich nehme jetzt einfach mal ein bisschen nebenbei noch auf, wenn ich am Buchen bin. Weil ihr wollt ja auch immer mal das ganze Gelaber, was in den Pausen so passiert. Wenn wir am Laden sind, wollt ihr ja auch immer hören. Oh, der Poppy hört die Quote raus. Jetzt oben noch einer? Ja, ok. Oh Gott. Der Poppy hat ja gesagt, Staubfänger am Hintern. Ich drehe trotzdem mal langsam mit. Aber lohnt sich gar nicht hiermit. Na, guck dir die Gewinner an. So 4 Cent am Zählen. Das ist also frischer in mir. Auf 60 Cent. Ah, Sau. Das ist ekelhaft, ja. Drei Stück da sind. Also ich habe auch einen Staubfänger hier, da passiert auch nichts, Mann. Guck dir das an hier. Ja, aber du hast das jetzt schon mal ausgedrückt. Ja gut, aber guck mal, ich habe 350 Euro drin, 400 Euro. Oh Gott. 200 Euro. 200 Euro. 200 Euro nochmals imT abgedrückt. Ja, jetzt passiert auch nichts, Mann. Dann ist das ja, weißt du, dann spielst du ja extra mal so Spiele und trotzdem Satansbraten hier drin. Korbelt der da sechs Stunden rum für so einen Kakerlaken gewinnen. Nein, das gibt es da nicht. Nein. So läuft man aber doch mal schnell zu Ende, weil der macht jetzt gleich sowieso Pause und macht ja keinen Sinn. Guck mal, ich wollte eben sagen, auf 40 Cent kriege ich die Not, deswegen hat er schon auf 40 Cent runtergestellt. Ja, ok, noch eine Krone hinten dran. Ja, sehr schön. Das wird ein Staubfängerkrone. Ich werde sie direkt eine haben, das geht schon. Hallo. Das war ein Erfolg. Das ist, wenn man sich da lustig behandelt macht. Das spiel ich ja so selbst. Das spiel ist echt nicht mehr so toll, ohne Witz. Das war mal cool gewesen. Wo das rausgekommen ist. Aber mittlerweile kannst du das nicht. Ja, nein, aber zu dem Zeitpunkt war es mal nicht schlecht. Komm, ich korpel sogar auf 5 Cent jetzt. Ja Leute, ich mache den Part jetzt auch dicht, weil er bringt ja nichts. Soll ich euch hier beim Buchen 17 Stunden mitnehmen, da hat auch keiner was von. In diesem Sinne, ich mache den Schmutzbesen hier dicht. Und viel Spaß beim Schauen. Haut rein Mann, ciao. So meine Lieben, wir gasen mal hier ein Ründchen mit Trap an. Komm mal, fangen wir mal relaxt an. Gucken wir einfach mal, wie sich das hier verhält. Ja, schön den Breakdancer machen da. Das Spiel ist schwer, weil oft kommt direkt der Ball, ihr weiß, dann ist direkt die Messe gelesen. Schmutzschmatzleine. Na klar. Jetzt kommt direkt die Rollkugel da rein. So gescheuert. So. So. Jetzt müsste noch ein, zwei mal kommen. Nicht wieder so ein Schmutzfall da. Oh. So. Jetzt noch einen, dann ist man ja schon durch. Weißt du? Bis jetzt 20 AG ist, ja? Keine Ahnung. Nein Gott, Schmutzpiranha. Seit jetzt der Ball kommt, ist ja logisch. Scheiß, wir haben uns ja nicht in die Hose. Guck. Trägt alles weg? Nein, nur eine Stufe. Okay. Okay. Oh, da ist er wieder. Alles nach oben, bitte. Gib dir noch mal hier. Ach. Guck mal, extra mal nur so, dass der kein Gewinn rein. Ja, aber nicht mehr lange. Ach. Jetzt. Alles oben, oder nicht? 104 Mäuse. Plus. 60 und... 20 AGs hat er gegeben? Ja. Oh, okay. Okay. So ein Ding ist das also. Ach, er folgt direkt hier 100 Mäuse, oder was? Ja, ich muss das jetzt mal unten halten und ab und zu mal hochschalten. Oder ist jetzt wahrscheinlich, wenn ich jetzt drücke, dann kommt und dann gibt er erst 20 AGs. Was? Ich denke, ich denke mal alles schon vor, oder? Ne, jetzt hat sie die wieder hochgezogen. Ach, 300 Mäuse, okay. Guck mal, mit 40 Cent. Warte mal. Aber der ist jetzt ganz runter gegangen, oder? Alles aufgelöst. Ach, komm ey, ich wollte eigentlich die AGs nehmen, weißt du, aber... Was ist denn da so direkt? Komisch, ja. Oh. Voilà, nix gut diese. Direkt aufgelöst. Alter. Direkt die Schmutzpille da drin. Ja, für 40 Cent. Für 40 Cent ein riesen Erfolg, dicker. Jetzt wieder alles hoch, oder was? Wie geht's? Ne, ich war mir jetzt auch nicht sicher, ob der jetzt da direkt Dings klar macht. Guck mal, der Schmutzpiranha, der kommt aber jetzt ein paar Mal, oder was? Ja. Jetzt kommt der Sense. Ja, ja, Sensemann muss ja jetzt kommen. Ich weiß nicht, was los ist. Ich weiß nicht, was los ist. Ja. Ja. Ja, weil ich dachte... Du musst halt auch einfach alles mal so sehen. Schadenfreude für dich? Grundsätzlich. Das war für meine Kampanen, die immer sagen. Mann, ich kann's spielen. Komm her. Komm her. Komm her. Ja, wenn du den grünen Piranha da aufkriegst, dann sieht das gut aus. Weiß dann. Ja, okay. Ääh. Schmutziger, volles Saukerl hier. Das hast du ja auch gerade so ein bisschen gemerkt, dass der da Bock hat. Weil der oft den grünen Typen direkt eingeklatscht hat, weißt du? Ja, das haben wir nie gesehen. Und ähm... Du siehst, er ist jetzt gleich sowieso wieder feierabend. Deswegen fängt er jetzt schon die ganze Zeit an zu buchen. Und deswegen steht da hier unten rechts schon die 45 Minuten. Ja, klar. Ich sag ja. Ich hab schon jeweils zwei Stunden geladen gehabt. Waren ja schon 240 für Eier. Ich war echt gerade am überlegen, auch die AGs mal zu nehmen. Wollte ich mal reingucken. Aber... Komm jetzt nicht direkt wieder kaputt. Ach du süchtig, der Spiegel. Jaja, ist so wie alles spitze und so, ne? Waren wir gleich auf? Waren wir gleich gleich auf? Ja, ja, klar. Logo. Komm. Ach nee. Pfff. Na einmal... Meistens kommt, dann geht sie direkt in Schwung. Ich geh mal hier raus, Leute. Ich geh mal hier raus, Leute. Also... Das ist direkt oben. Aber erste Seite ganz oben. Gut. Okay. Äh... Ganz oben. Zweite Seite erstes Spiel. Ganz oben. Ne, ne. Zurück. Waschen. Ja, ja. Oben. 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 Neben dem Rastkottel. Ja. 20. Okay. Ja. Buch erst mal. 20. Das ist völlig schwer, ne? Komm. Okay. Ja, jetzt kommen erst die Bereiche so, wo es ein bisschen gefährlich ist. Guck mal, er hat einfach gedreht. Oh, er dreht nach. Er dreht nach. Wir sehen schon. Nix gut, diese... Ich hab noch nicht mal hier unten gedrückt, Mann. Schuzehnzehnerleide. Pisse. Ja, echt, Mann. Das war jetzt ekel, ne? Spielt ihr doch Taktik, ne? Pff. Oh, wer... Spielt heute noch zum Millionär. So ne Taktik spiel ich wieder hier. So, okay. Einfach mal gucken. Ein paar Drehs. Ich weiß da, wie der Tier mit dem Spiel ist. So nach 20, 30 Euro, wenn du siehst, das läuft nicht raus. Du kannst direkt wieder rausgehen. Heißt ja nicht, weil er im ersten Dreh jetzt mal reingemarschiert ist, ist das da irgendwie... Warte. Warte. Muss nachts hier jetzt kommen. Warum hört er jedes Mal aufzubuchen? Ist er bescheuert, oder was? Macht er mir denn hier Politik machen, oder was? Wie? Wie? Ja, ja. Ne. Mal drauf fünf, sechs Drehs hier, dann verziehe ich mich hier raus. Das tut nichts. Dafür kenne ich das Spiel einfach zu gut, ob der Bock hat oder nicht. Deswegen Heidi, ja noch. Gucken wir mal ein bisschen, ob wir hier reinkommen. Das ist ja immer so ein Spiel. Ich kann ihn zweimal anzeigen können, ob er kommt. Mal gucken, ich kann ihn zweimal anzeigen. Ja. Jawohl, die Glocken jetzt, ein 80er. Der macht zweimal voll jetzt. Der macht jetzt zweimal voll hier. Guck es dir an. Schön wär's, Mann. Einmal können wir schon 300 Saltos machen. Ja, das wird ein Staubfänger. Leider Gottes. Guck dir das an, Alter. Das ist so asozial. Das muss ja nicht sein. Das muss ja nicht sein, du. Das tut dir weh. That's not good. Ja, du musst doch erstmal vernünftig laden, Dicker. Du musst ja auch was zum Rollen haben, das bringt ja nichts. Einen Dreh, dann machen, einen Dreh, dann machen. Einen Dreh, dann machen. Das ist alles Kakerlake so. Das ist ja gar nicht. Das ist ja gar nicht. Das ist ein Spiel, also da musst du schon länger, länger drin. Du hast ja Leute gesehen, immer ein, zwei Stunden gedreht in dem Spiel. Ja, ein, zwei Stunden, drehen wir ein, zwei Stunden mit 80 Cent. Man muss 2.000 Euro, könnte man. Ja, ne, 20, 30, aber trotzdem machen wir den Wert wieder. Das ist schon... Ja, irgendwann kriegt der eine Phase, da geht jede Chance rein, so drei, vier, fünf, sechs Mal. Aber da müssen die Symbole auch kommen, weißt du. Bringt ja nichts, wenn er reingeht, siehst du ja, geht rein, kriegst du ein Top-Symbol da und dann hast du trotzdem den Arsch am Dampfen. Mann, war nichts passiert. Komm, jetzt einmal Geld. Eine Chance will ich noch sehen, dann gehe ich weg raus. Irgendwie beliebig hier in die nächste Chance jetzt. Ja, aber... So, gasen wir nochmal das Tempel an hier. Ein Euro. Vielleicht kommen wir ja mal rein hier. Das ist auch ein Schmutzhund. Und dann kann man auch schön Rabatz machen. Komm, jetzt. Äh, schmutzter. Der hat auch noch schön ein paar Rabatz. Aber lustig, aber. Der kann schön drüber lachen. Ein, zwei Andeutungen könnte der einlaufen, ja. Schmutzigen Säbeln. Der muss schon ganz kommen, weil es damit alle ein Stück hochkommt. Ja, ich sag ja, da muss schon immer den grünen Mistköter kriegen. Damit sich das so ein bisschen bewegt, ja. Sonst würde es düster. Ich habe schon wieder so viel gefressen. Ja, der Scheiße Eimer. Eine Runde Roulette und dann Jalla. So Leute, eine schmutzige Runde Roulette geht noch und dann Talfahrt. Wie gesagt, Leute, lasst auf jeden Fall Abo da, Glocke aktivieren. Den ganzen Krempel und vergesst den Twitch-Kanal. Da muss da jetzt eigentlich 140 stehen, anders geht das gar nicht. Ganz ehrlich, Mann. Da muss da 140 stehen. Das geht gar nicht anders, jetzt mal ehrlich. Das wäre eine totale Frechheit hier. Ja, absolute Frechheit ist dran. Absolute Frechheit. Rot, ungerade. Komm, ich will die 140 hier nochmal sehen jetzt. Ja, Leute, schon mal auf Feierabend mit dem Part jetzt. Sonst wird das hier 17 Jahre lang. In diesem Sinne viel Spaß mit dem Video, Leute. Holt rein. Ja, Leute, schon mal auf Feierabend mit dem Part jetzt.